Oh nee, das sind mal wie diese Eingames oder was? Och nö, ne, och mann Oh, bedo Ja, ich bin tot Nein, ne, er lebt Ey, ja, ich bin tot Ja, er lebt doch, das glaub ich ihm nicht Ey, ich bin tot Das glaub ich dir Ich habe das Gefühl, es ist eine Chance, noch weiterzukommen relativ gering sind Mann, die fliegt auf Oh, scheiße Boah, ich glaube, das ist einfach nur ein absolut schrecklicher Albtraum Habt ihr das auch geträumt? Dasselbe wie ich? Jetzt habe ich geträumt, Junge, boah, alter Krass, okay, hätte ich nicht gedacht, dass man solche Albträume haben kann Alter, das ist ein Zufall Boah Oha, krass, okay Das habe ich auch geträumt, genau diesen Modus Unglaublich, okay, ich stelle mich jetzt vor das Ding in die Mitte und du musst auch nicht rausbringen Rennen hoch, okay, Carmen Kann man einfach hochspringen, oder was? Hast du nichts gemerkt? Ich schon Wo bist du? Oh, zu den, nach vorn, hier Au, 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 au Au, au, au Au, 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 au Ich habe mich irgendwie gedacht, dass es falsch sein könnte Aber da war ein anderer, dass ich manchmal sicher dass ich es richtig sein sollte Monif, ich vertraute dir zum einen nicht mehr und zum anderen auf das Feld, was ich rauf geschossen wurde Das war richtig, man Ja, wir sind alle da draus Ja, perfekt, ey, ja Ich weiß es nicht, ich habe gerade schon wieder geträumt Ja, ich habe geträumt, dass Monif mich wieder gerankt hat Ich habe gesagt, ich muss auf etwas rauf gehen, dann bin ich da rauf gegangen, dann war es das nicht, dann bin ich in den Tod gefallen Und dann, als ich aufgewacht bin, dann war das noch ein Traum, zum Glück Das war echt ein Traum, also das wäre so wesentlich möglich, was ich machen würde Das wäre echt Das ist das denn? Uuuuuh Uuuuuh Uuuuh 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 Zähle die Früchte, vermeide den anstrengenden Schleim, zeige die Bildsch... was? Zeigen die Bildschirme? Nein, ich konnte es zu Ende lesen Ich habe noch Legasthenie Auf die Bildschirme einer Anzahl erscheinen, stelle ich auf das Feld einer Frucht, deren Menge diese Anzahl entspricht Ach du Scheiße Also jeder zählt verschiedene Wäschler, oder? Ja, die haben sich nicht angezeigt die Früchte Uuuuh Was ist das denn? Eins, zwei, drei Rollende Dinger Drei von den fetten Kackwürsten Drei Kokonüsse Drei Kackwürste Drei Kackwürste, ja Oh, da rauf Ah, wir müssen... Hä? Das darf nicht sein Ach, nicht die Anzahl von den Dingern, oder wie? Ich kapiers auch nicht Hä? 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 Ja, gut Ich hab grad geträumt, dass Monif in uns gespielt hat Boah, ja, ich auch, irgendwie Und... Ja, brutal Dieses Game ist so geil Ja, Mann Ach, ja, perfekt, Junge Direkt, richtig ein Ich hab's geschluckt wie ein Mann, Alter Ich hab's einfach, ich hab's einfach genossen Ich hab's einfach aufgegessen Weil ich hab den Mund aufgemacht und hab gesagt Yes, please, Daddy, hit me Aua, zweimal wurde mit der Rücken gebrochen Nein! Ich vergesse doch, dass ich hier nicht jeeten darf Scheiße Boah, das Game ist so intense, Alter Ich spüre es richtig hart Ich schwör sogar auf Yalla, wie wie, Alter Wuuuuh Ach du Scheiße Ja, komm, Alter Wärts nicht gedacht, diese Traps dahin zu machen Ey Oha Ein random Typ hat mich gerettet Geil Nein Oh, nein Nein Nein, ich bin tot Drei Mal hintereinander wollte ich mich hochboosten lassen Ey, nee, komm Nein, das ist nicht wahr Lucas, ich werd sterben Ich werd's nicht schaffen Nein Was geht, Mann? Ich bin auf dieser Streiksplatte drauf und werd nicht geboostet Ja, ich auch nicht Viermal hintereinander jetzt Was zum Teufel Hallo Fünfmal hintereinander Ja, alles klar, Digger Jetzt bin ich drin Ich bin drin Ja, wir sind raus, wir können ja schon könnten gehen Ciao, ciao